Ich bin Stefan Topf von AVR und präsentieren Sie die AVR Puma. Das ist ein vierreicher Selbstfahrer mit einem Motor von 420 PS, vier Rad angetrieben und vierreich gesteuert. Die Maschine kennmärzt sich von einem guten Cleaning System. Wir haben Achsehaubasen und Igelband und die Achsehaubasen kann man einstellen nach den Konditionen im Feld. Ich bin Stefan Topf von AVR. Ich bin Stefan Topf von AVR Ich bin Stefan Topf von AVR.